Shake it down! Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zedio und ich habe ein neues Video für euch am Start und zwar eine weitere Kreation von Modded bzw. Glitched Outfit mit dem Namen OF10. Die letzten 9 wurden ja alle gepatcht, wegen den unsichtbaren Oberkörperteilen und das ist jetzt das einzigste, was ich jetzt noch weiß, was im Moment noch funktioniert und deswegen würde ich euch empfehlen, das relativ schnell zu machen. Aber weil es nicht so spektakulär ist wie die anderen, dachte ich mir einfach mal, ich bringe da zwei Versionen raus, gerade was die Maske bzw. den Helm und so angeht. Ihr seht jetzt schon die erste Version und jetzt zeige ich euch gerade noch die zweite Version. Das heißt, ja, ihr könnt euch dann entscheiden, welches euch am besten gefällt und das könnt ihr dann einfach machen. Als allererstes braucht ihr natürlich das CEO Outfit Kriegsherr. Dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht gestern und ich haue den Link einfach mal unten in die Videobeschreibung rein, damit ihr euch als allererstes mal das CEO Outfit speichert. Sobald ihr das CEO Outfit Kriegsherr gespeichert habt, dann begebt ihr euch zu irgendeinem Klamottenschrank in eurem Apartment. Dann geht ihr runter auf Schuhe und wählt euch irgendwelche Schuhe aus. Ich habe mich jetzt mal für die Skateschuhe entschieden und dort die Nummer 12, die karierten Skateschuhe. Und wie ihr seht, habt ihr die ganzen Knöchel dann unsichtbar. Das funktioniert natürlich auch mit anderen Schuhen, aber ich habe mich jetzt einfach mal für die entschieden. Ihr müsst es ja nicht eins zu eins nachmachen. Anschließend geht ihr zurück auf Oberteile, geht dann dort auf Westen und sucht euch irgendeine passende Weste aus, die ihr halt gern haben möchtet. Ich habe mich jetzt für die Nummer 23 entschieden, für die hellbraune Weste. Eins ist aber noch ganz wichtig zu sagen, dass die Westen so ein hochgekrempeltes Hemd drunter haben. Also mit den anderen Westen funktioniert das nicht. Wenn ihr euch dann eins entschieden habt, was ihr dann dazu benutzen möchtet, geht ihr auf Hemden für Westen. Und dort ist es ganz wichtig, dass ihr euch irgendein Ärmelhalterhemd aussucht, so wie ihr das jetzt gerade im Hintergrund seht. Die Farbe spielt keine Rolle, das wird nachher eh automatisch wieder auf Weiß geändert. Wenn ihr das dann habt, dann verlässt ihr den Kleiderschrank und öffnet mal euer Interaktionsmenü. Geht dann auf Stil, geht dann auf Accessoires und geht es dann runter auf Uhren und wählt euch einfach mal eine Uhr aus. Wenn ihr das dann habt, dann seht ihr, dass das Hemd so hochgekrempelt wird. Und jetzt ist es ganz wichtig, dann geht ihr auf Handschuhe und drückt nur einmal nach links oder nach rechts, damit euer Unterarm unsichtbar wird. Wenn ihr das zweimal macht, werden die Arme wieder sichtbar. Deswegen nur einmal klicken. Und wie ihr seht, ich habe jetzt die weißen Handschuhe und den unsichtbaren Unterarm. Das speichern wir jetzt erstmal. Sobald ihr das dann gespeichert habt, dann geht ihr auf Masken und sucht euch irgendeine passende Maske aus, mit dem ihr halt den Outfit-Clitch machen möchtet. Ich habe mich jetzt einfach mal für diesen Zombie entschieden, weil ich finde den extrem cool und es passt halt irgendwie zu dem Outfit. Sobald ihr dann euch für eine passende Maske entschieden habt, dann braucht ihr noch irgendein Fernrohr. Ob das jetzt bei euch im Apartment ist oder unten am Pier, spielt gar keine Rolle. Da müsst ihr halt einfach den Hut, Brille, Maske, alles gleichzeitig Glitch machen. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, zeige ich euch das jetzt gerade mal hier in einem Video. Und zwar, ihr seht da im Hintergrund das Fernrohr und da müsst ihr einfach mit X vorbeirennen und beim Vorbeirennen einfach die Steuerkreuztaste nach rechts drücken. Wenn alles geklappt hat, geht ihr nicht an das Fernrohr hin, zieht aber automatisch die Maske ab. Dann könnt ihr einfach euer Interaktionsmenü öffnen, geht unter Stil auf Accessoires und sucht euch irgendeine passende Brille oder Hut oder was ihr halt haben möchtet aus. Ich habe mich jetzt einfach mal hier für diesen braunen Hut entschieden, weil ich finde, der passt extrem gut zu dem ganzen Outfit. Anschließend geht ihr hoch auf Brille und sucht euch noch irgendeine passende Brille dazu aus. Ich habe mich jetzt einfach mal für so eine Skibrille entschieden, weil ich finde die extrem geil mit den breiten Gläsern. Wenn ihr das dann alles habt, dann müsst ihr einfach nur euer Interaktionsmenü schließen und von dem Fernrohr weglaufen und wie ihr seht, BAMS, Outfit perfekt. Das könnt ihr dann natürlich abspeichern, ich nenne es jetzt einfach mal OF10, damit ich es einfach mal gesichert habe. Und das war es eigentlich schon. Aber wenn ihr euch jetzt sagt, ja, ich habe gar keine Lust auf so eine Maske, sondern ich hätte lieber gern den Pilotenhelm drauf, dann zeige ich euch jetzt, was ihr dazu machen müsst, um den Pilotenhelm zu bekommen. Und zwar, ihr geht einfach mal unter Stil, Accessoires und zieht einfach mal die ganze Maske und den Hut aus. Danach sucht ihr euch noch eine passende Brille aus, die ihr mit dem Pilotenhelm auch verwenden möchtet. Wenn ihr das dann soweit habt, dann müsst ihr einfach nur noch dieses Outfit speichern. Ich nenne es Ganze mal OF10.2. Jetzt geht ihr einfach wieder zurück auf Outfits und zieht euch irgendein Fliegeanzug an, welcher spielt überhaupt gar keine Rolle. Ich habe mich jetzt mal für den Schwarzen entschieden, aber manchmal wird der dann automatisch auch grün. Also ich weiß jetzt nicht genau, woran das liegt, aber ich habe mich jetzt mal für den Schwarzen entschieden. Jetzt braucht ihr nur noch ein Motorrad und müsst zu einem Bekleidungsgeschäft gehen. Das ist ganz wichtig, dass ihr das am Bekleidungsgeschäft macht. Dann stellt ihr euch mit dem Motorrad, so wie ich das jetzt mache, in meinem Fall, hier so vor den Bekleidungsladen, weil ihr müsst relativ schnell dann sein. Also ihr könnt da nicht so weit wegfahren von dem Bekleidungsgeschäft, sondern ihr müsst euch relativ nah an den Eingang hinstellen. Danach stellt ihr euch so hin, wie ich das jetzt gerade mache, geht auf Stil und ändert mal das Outfit, wo ihr jetzt gleich den Pilotenhelm drauf machen möchtet. Geht dann runter und klickt dann so lange durch, bis der Pilotenhelm angezeigt wird. Die Grundvoraussetzung da ist halt auch, dass Motorradhelm anzeigen auf an ist. So, wenn ihr den Pilotenhelm dann habt, dann bleibt ihr mit dem Cursor da unten auf Pilotenhelm, weil sobald ihr dann aufs Motorrad aufsteigt, könnt ihr euer Outfit nicht ändern. Jetzt müsst ihr einfach nur Dreieck drücken und sobald ihr aufsteigt, sofort hochgehen und das Outfit wechseln, auf dem ihr den Pilotenhelm haben möchtet, so wie ihr das jetzt gerade seht bei mir. Und jetzt kommt es wirklich auf Timing an, ihr müsst euch da wirklich beeilen und zwar jetzt schließt ihr euer Interaktionsmenü, steigt vom Motorrad ab und rennt sofort so schnell, wie ihr könnt, in den Bekleidungsladen rein und drückt sofort die Steuerkreuztaste nach rechts, sobald ihr in irgendeinem Klamottenständer seid. Und da müsst ihr einfach nur so 5 Sekunden ungefähr warten, damit der Helm nicht abgezogen wird. Wenn ihr zu langsam seid, dann zieht ihr den Helm, während ihr da im Klamottenladen seid, ab. Dann müsst ihr halt den ganzen Schritt nochmal machen. Am besten zeige ich euch den Schritt nochmal ganz kurz in langsamer Version und zwar ihr steigt vom Motorrad ab, rennt in den Klamottenladen rein und geht an irgendein Teil hin, wo ihr dann oben seht, drückt ihr die Steuerkreuztaste nach rechts, um Oberteile anzusehen. Also ihr müsst halt davor schauen, wo dieser Pfeil kommt, weil wenn ihr da irgendwie rein rennt und die Steuerkreuztaste nach rechts drückt, funktioniert das Ganze nicht. Um das Ganze jetzt auch noch speichern zu können, stellt ihr erstmal auf spawn.letzter Ort, das ist ganz wichtig. Anschließend drückt ihr die Starttaste, geht auf Online und geht einfach auf Neue Sitzung finden. Sobald ihr dann wieder in der neuen Sitzung angekommen seid, müsst ihr einfach nur noch in den Klamottenladen reingehen, dort an die Theke und dieses Outfit speichern. Und ja, das war es eigentlich schon mit dem Outfit. Ich zeige euch jetzt ganz kurz noch, dass auch wirklich beide bei mir gespeichert sind und zwar hier die erste Version mit der Maske und jetzt hier die zweite Version mit dem Pilotenhelm. Theoretisch könnt ihr jetzt noch einen Fallschirm dran machen oder ihr könnt euch noch eine Panzerung anziehen. Ich habe mich jetzt mal dafür nicht entschieden, weil mir das halt nicht so gefällt, aber theoretisch könnt ihr das auch noch machen und das dann anschließend auch noch speichern. Falls ihr noch ein Outfit habt, wo die Duffelback-Tasche drauf ist, dann könnt ihr die natürlich auch noch übertragen. Ja, und das war es eigentlich schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, würde ich mich natürlich tierisch über 20 Likes freuen. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr mich natürlich auch gerne abonnieren. Kostet natürlich nichts. Und ich bin an der Stelle raus, wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao, euer ZD.